So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO! Ganz frisch, beziehungsweise auch nicht mehr so frisch, läuft der Minicab natürlich. Und es wird wohl wirklich so sein, dass es so leicht war wie noch nie, den Rang 10 zu erreichen und sich dieses Wrestling Pikachu zu gönnen. Diese Übersicht müsste theoretisch aktuell sein und stimmen, dass ihr seht, nicht nur also, was es gibt auf den einzelnen Rängen. Ihr seht ja auch bei Rang 4, 7, 8, 9, 10. Eigentlich ist alles hinfällig, aber dieses Wrestling Pikachu auf Rang 10. Ich bin bisher immer so mit Rang 8 rausgegangen. Bei der letzten Rangabholung war ich auf einmal 9, weil jeder einen Rang höher gestuft wurde. Keine Ahnung, wieso das so war. Vielleicht haben sie euch mal wieder was geschenkt und gegönnt. Muss ja nicht unbedingt ein Fehler sein, vielleicht war es auch beabsichtigt. Aber wenn ihr jetzt die Ranganforderungen seht, hier 5 Kämpfe machen, ihr müsst nicht mal gewinnen. Dann kommt ihr auf Rang 3, auf Rang 3 nur einen Sieg. Dann seid ihr Rang 4, 2 Siege, 3 Siege, 4 Siege, 5 Siege, 10 Siege. 10 Siege auf Rang 8 und ihr werdet Rang 9, 10 Siege. Ne, andersrum, genau. Also 10 Sieger, 5. Guckt euch die Grafik an, da wisst ihr Bescheid. Versucht einfach immer zu gewinnen, dann habt ihr das. Wenn ihr von Rang 9 auf Rang 10 kommen wollt, braucht ihr also 15 Siege. Und sonst habt ihr vielleicht durch das Punktesystem und alles, müsstet ihr vielleicht 100 Mal gewinnen, irgendwas. Es war mächtig, schwer, richtig brutal. Aber jetzt sieht das eigentlich richtig vernünftig aus. Und es gibt PvP-Experten und dann gibt es so Noobs wie ich, die immer keine Ahnung haben. Deswegen habe ich versucht, als das frisch rauskam, an meinem ersten Abend, noch schön ein kleines Set zu spielen, um schon mal Punkte mitzunehmen. Ich bin dann einfach hier auf WP 500, da habe ich so geguckt, habe gedacht, ja was nimmst du denn? Nimmst du halt das Drassler, das Sichlor und das Scheinux rein? Mehr hatte ich nämlich nicht, das waren die höchsten Pokémon. Habe einen Kampf gewonnen, habe dann absichtlich die restlichen vier verloren, weil ich dachte, es reicht ja, wenn du einen Kampf machst und gewinnst. Leider bin ich immer noch Rang 1 gewesen und es hat sich nur zu dreiviertels gefüllt. Dann habe ich das sein gelassen. Heute habe ich den ganzen Tag darauf gewartet, dass es endlich mal eine Tierlist oder irgendwas dergleichen gibt. Habe mich ein bisschen schlau gemacht, habe auch wieder ein bisschen mit dem Benni geschrieben, habe mir jetzt ein Team zusammengestellt, das ich Mini nenne und habe jetzt mir ein Krypto Skungapu gegönnt, dem ich jetzt hier Biss und Knirscher gegeben habe. Frustration, denkt ihr euch einfach weg, das ist gar nicht da. Biss und Knirscher beim Skungapu, das habe ich im Lied. Dann habe ich ein Bronzel mit Konfusion, Psychoschock und Rambos. Das Bronzel habe ich bis jetzt eigentlich noch nie eingesetzt. Ich habe immer gekämpft und meistens machen die anderen zwei Pokémon das. Und die Gegner sind schon tot, bevor ich überhaupt mein Bronzel mal reinholen kann. Und das letzte ist ein Waumball. Ich hatte leider keinen Waumball unter 400. Habe deswegen heute einen Trade gemacht mit Snack die Bohne. Habe jetzt eins mit Scham, Samenbomben und Strauchler. Scham haut auf jeden Fall übelst rein. Samenbomben, Strauchler. Na gut, Strauchler dauert ein bisschen. Samenbomben füllt sich auf. Ist trotzdem ein cooles Pokémon. Die drei dürften ja bekannt sein. Also Waumball, Bronzel sowieso. Oft wird auch noch Capuno genannt oder ist so. Ich habe mir aber dieses Krypto Skungapu vorne reingehauen. Und mit diesem Team kämpfe ich momentan. Sicherlich geht das auch noch besser. Trotzdem möchte ich mal probieren, wie weit ich komme. Wenn ich jetzt hier, ich bin aktuell Rang 4, wo ich das aufnehme. Ich nehme das am Dienstag vor der Spotlightstunde auf. Die Spotlightstunde startet nämlich gleich. Jetzt ist 17 Uhr, 17.50 Uhr gehe ich live. Dann möchte ich noch fix 5 Kämpfe machen. Und einfach mal schauen, wie sich das auswirkt. Ich habe keine Strategie. Das sage ich euch gleich dazu. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Ich nehme einfach meinen Skungapu und ich haue dann einfach drauf. Wie ihr seht, nirgendwo steht sehr effektiv oder irgendwas. Trotzdem macht das Skungapu gut Schaden und hat das andere einfach weggehauen. Ich habe immer noch ein bisschen was übrig. Und jetzt habe ich sogar hier meine Attacke voll. Kann einen Move machen. Das Ganze ohne Taktik. Also wenn ihr keine Ahnung habt, macht es wie Ramses. Oder schreibt mir mal rein, was ihr für ein Team habt. Jetzt sind wir tot, sind wir raus. Aber ich wechsle trotzdem einfach mal aufs Waumball. Kann ein Fehler sein, kann auch nicht. Es ist auf jeden Fall nicht effektiv. Wir machen ein bisschen Schaden. Wir machen immer noch ein bisschen Schaden. Und obwohl er gewechselt hat, ist er weg. Gleich. Ohne großartig was zu machen. Und wenn das so weiter geht, denke ich mir, dass das Bronzel wieder nicht zum Einsatz kommt. Weil das einfach hinten in der Ecke chillt. Und dabei haben alle Leute Angst vor Bronzel. Und man muss es nicht mal einsetzen. Und es ist auch selten, dass ein Gegner Bronzel hat. Entweder ist das erst in den höheren Rängen. Und ich habe noch Glück, dass hier unten kaum jemand Bronzel nimmt. Oder Bronzel pusht. Oder dafür was ausgibt. Es ist natürlich klar, wenn ihr jetzt schon auf Rang 7, 8, 9 oder irgendwas spielt. Weil ihr fleißig die ersten 2 Stunden am ersten Abend gezockt habt. Seid ihr schon viel, viel weiter. Ich bin nur überrascht, wie viel Spaß es trotzdem macht. Und wie leicht man leveln kann. Wie leicht man im Rang jetzt aufsteigt. Ich habe vorhin erst angefangen. Und mit jedem Set bin ich ein Level höher gekommen. Ein Level höher gekommen. Das macht auf jeden Fall Spaß. Außer man ist auf der Gegenseite und verliert permanent alles. Ich habe auch wieder keine Ahnung. Und deswegen haue ich einfach hier drauf. Er ist Kampf gegen Unlicht. Er müsste also effektiv gegen mich sein. Aber das Gungapu haut einfach rein. Ich nehme auch mein Schutzschild. Das habe ich auch oft gemacht. Ich nehme einfach mein Schutzschild. Denn bevor er seine Attacke hat, ist er meistens eh tot. Dann hat er ein Pokémon weniger. Ich habe ein Schild weniger. Und meistens sterben die Gegner mit sogar noch einem Schild als Reserve. Das ist natürlich auch heftig. Jetzt hat er hier auch Mauzi reingeholt. Mit Gala Mauzi natürlich. Wir haben aber unsere Attacke voll. Dadurch, dass wir weitergemacht haben, abgeschildert haben. Gucken wir mal, wie das aussieht. Ist blau. Okay. Jetzt würde mein Skungapu gleich niederlegen. Da ich immer noch keine Ahnung habe, hole ich wieder meinen Wombel rein. Und ihr seht. Eins, zwei, drei. Drei Attacken. Es ist tot. Scham ist so unglaublich brutal. Auch hier gegen Kabuno. Eins, zwei, drei. Tot. Das sieht so spielend leicht aus. Gönnt euch Wombel. Wenn ihr keins habt, unter 500. Fragt einen Kumpel, ob er eins traden kann oder so. Wenn ihr eins habt, knapp über 500. Hier, der Benni schreibt schon wieder. Der Benni, hä? Vorhin habe ich 5 zu 0 geschafft, weil ich so heftig bin. Obwohl ich keine Ahnung habe vom Krypto... Ach, vom Krypto Cup. Krypto Cup? Wieso nicht? Das müsste es auch mal geben. Nur Krypto Pokémon. Ja, obwohl ich keine Ahnung habe von GBL, von den ganzen Sachen. Ich beschäftige mich so gut wie nie damit. Aber diesmal bin ich gehypt. Diesmal will ich Rang 10 machen. Auch wenn dann später ein paar Tipps nötig sind, möchte ich einfach Rang 10. Jetzt haben wir das Nachsehen. Die Leute würden sagen, wechsel doch, wechsel doch. Dann wechseln wir kurz, denn dann ist er überrascht. Und haut schon seinen Move raus. Ich habe keine Ahnung, mit was er angreift. Deswegen lasse ich es mal durch. Bodyslam. Okay, macht ein bisschen Schaden. Er wechselt nochmal. Er holt sein Wullpix. Jetzt kann ich ja nicht mehr wechseln. Dieser Kampf wird wohl etwas härter, als ich mir den habe vorstellen wollen, lassen, tun. Vielleicht schaffe ich es wenigstens noch, meinen Charge-Move zu machen, bevor ich tot bin. Vielleicht kann ich ja da noch ein bisschen das Schild rauslocken oder wenigstens Schaden machen. Mein Wullpix müsste ja Feuer sein. Da wäre es vielleicht auch nicht so gut, das Bronzel wieder reinzuholen. Er hat sein Schild verbraucht. Okay, würde ich meinen Skunkapu trotzdem zurückholen. Und falls das mit dem Skunkapu jetzt Quatsch ist, kann ich ja dann immer noch aufs Bronzel wechseln. Ich verbrauche mein zweites Schild, denn ich möchte trotzdem sein... Was ist er da noch? Kapuno, Kapuno, Kapuno ist glaube ich auch der... Der mein Bronzel zerstört. Aber wir warten einfach mal ab, was passiert. Bronzel hält ja trotzdem was aus. Er hat noch ein Schild. Kann ich natürlich nicht schilden. Ich bin aber guter Dinge, dass ich es überlebe. Dass ich gemütlich weitermache. Dass ich gar nicht, äh, kein Move machen muss um sein Schild. Achso, der hat auch noch ein Skunkapu. Bruder! Wo hat er denn das Skunkapu jetzt her? Und dann auch noch hinten drin in der Schlussphase als Close-Up. Egal. Hauen wir mal kurz drauf. Er hebt sein Schild natürlich immer noch auf. Jetzt ist das sehr gut. Also das Team von ihm haut auch rein. Ist auch gut gespielt in der Reihenfolge. Ist also kein 5-0er-Set, sondern haut mich hier unten auch schon raus. Aber für mich war eigentlich immer wichtig, bei einem Set 3 Kämpfe zu gewinnen für die Pokémon-Belohnung. Die Pokémon-Belohnung ist für mich eigentlich immer das Interessanteste. Obwohl ich immer noch die Taktik hatte, dass ich ein Match anfange und gleich fliehe, damit ich schneller vorbei bin. Und auch wenn ich jetzt verloren habe, schwöre ich trotzdem erstmal auf dieses Team und mache das weiter. Denn ich habe die ganze Zeit vielleicht 5, 6, 10 Kämpfe am Stück gewonnen. Obwohl bei Serien nur 5 steht oder so vielleicht. Habe ich gewonnen, gewonnen, gewonnen und dann mal was verloren. Also ich finde das einfach unglaublich genial. Unglaublich stark. Auch hier, ihr seht, sehr effektiv. Es macht wieder richtig fett Schaden. Auch wenn der Gegner vielleicht gar nicht dazu kommt, überhaupt einen Move zu machen. Man muss nicht mal Schilder einsetzen. Die fallen einfach vorher schon um. Jetzt hat er hier noch einen Schallquab. Okay, das Schallquab macht mir ja Schaden, aber wir sind auch schon bei ihm bei der Hälfte und meiner musste ja es schon mit 2 Gegnern aufnehmen. Das erinnert mich an Ringlife. Der guckt nämlich immer so komische Kämpfe mit 4 gegen 4, wo die Leute sich dann abwechseln. Das kommt mir so ähnlich vor. Der eine, der muss dann halt gegen 10 kämpfen und der andere, der kommt frisch rein und hat dann den Vorteil, aber ihr seht, es ist nicht viel. Es ist nicht viel Strategie da. Einfach nur stumpfes Klopfen wie bei Taggen. Aber es macht trotzdem Spaß. Auch wenn ich hier, auch wenn der Gegner sehr effektiv ist, wechsle ich einfach nicht und haue einfach drauf, weil ich guter Dinge bin, dass das so funktioniert. Und selbst wenn ich jetzt verliere, ist mir das eigentlich auch komplett egal, weil, weiß ich nicht, die Anforderungen sind so niedrig, dass es meistens nicht interessiert, ob du gewinnst oder verlierst auf deiner Stufe. Beziehungsweise muss ich nochmal gucken, ab wann es zählt, ab wann man wirklich drauf achten muss, doch die Mehrzahl der Kämpfe zu gewinnen. So, hätte auf jeden Fall reingehauen. Habe ich aber nochmal abgeschildert. Keiner hat mehr Schilde. Er ist tot. Ich habe das Bronzel noch voll. Und er kommt rein mit einem Schallquart. Denn das war ja noch übrig. Ist auch direkt raus. Also, ihr kennt sonst meine GBL-Folgen. Wie ich da hänge. Wie verkackt das ist. Wie ich einfach am Losen bin. Wie ich mal einen guten Lauf habe. Aber hier kommt es mir wirklich so vor, als wäre einfach alles egal. Aber es ist ja auch erst Rang 4. Ich habe gesehen, bei Benni, der war heute schon Rang 7. Also gestern Abend wurde das released. Heute ist er Rang 7. Das geht also wirklich schnell. Und wenn ihr da eine Woche Zeit habt, aber dann die zwei anderen Wochen auch damit rein zählen. Und man Rang 10 erreichen möchte, will, muss. Das ist einfach wirklich die beste Gelegenheit, die ihr nutzen könnt. Ich bin also guter Dinge, dass eigentlich fast jeder, der aktiv in der GBL sonst immer gespielt hat, nun Rang 10 erreichen wird. Und die Leute, die bisher vielleicht nichts mit GBL zu tun hatten, das als Grund nehmen, wirklich einfach mal rein zu gucken und ein paar Kämpfe zu machen. So. Hätte ich vielleicht durchgehen lassen können oder auch nicht. Weiß ich nicht. Hier, Blindenfahr. Okay. Mach ich ja ein bisschen. Der kommt bestimmt eh mit Blubstrahl, wenn er einen Angriff macht. Das habe ich vorhin nämlich schon mal gehabt. Blubstrahl, Blubstrahl, Blubstrahl. Fünfmal auf meinen Bronzel irgendwann. Und dann hat er so wenig Angriff gehabt, dass er es gar keinen Schaden mehr gemacht hat. Aber der Gegner hat halt auch keinen Schaden gemacht. Und so war das einfach nur wieder so ein LKW-Rennen. Beide mehren da ewig rum. Er macht auch Blubstrahl. Also das hätte ich auch theoretisch durchgehen lassen können. Mein Angriff sinkt, aber ich schaffe es trotzdem noch, ihn wegzuhauen. Und er hat auch nur noch ein Pokémon. Hat noch ein Schild übrig. Ich habe kein Schild mehr übrig. Wir holen trotzdem mal unser Waumball rein. Jetzt schamen die sich gegenseitig an, so wie das ausschaut. Das dürfte ihm aber trotzdem keine Punkte bringen. Auch wenn er mich jetzt weghaut und noch ein Schild hat, dürfte ich am längeren Hebel sitzen. Nass schweif, nicht so effektiv. Und er ist weg. Ihr seht, wie leicht das ist, wie leicht physisch. Also, wenn ihr nicht wisst, was ihr nehmen sollt, nehmt halt so ein Team. Oder macht statt Skungapu nehmt ein Kapuno oder irgendwas. Weiß ich nicht. Ich finde, das hat auf jeden Fall gepasst. Fünf Kämpfe sind ausgetragen. Vier Kämpfe sind gewonnen. Ist auch okay. 900 Staub versaut. Aufbewahrungslimit ist auch erreicht. Werfen wir schnell mal irgendwas weg. Vorhin habe ich nämlich aus der Belohnung bekommen ein Gekka-Boar, ein Flemmli und ein Flemmli. Die haue ich alle drei weg. Das andere war frisch getauscht. Wir holen uns noch die Pokémon-Belohnung ab. Und dann war es das eigentlich schon mit der Folge. Einfach nur mal so, um das Team zu zeigen, hier auch geiler Zickzacks. War ja gezeigt auf der Grafik, dass bei Rang 4 ihr garantiert ein geiler Zickzacks bekommt. Hier jetzt auch mit einfach fabelhaft eingetütet. Wir warten, bis das jetzt im Ball ist. Ja, der Ball bewegt sich nicht, aber man hört ihn, wie er rummacht. Also hier seht ihr das nochmal. Rang 4, Galat Zickzacks, 5, 6. Gibt es wahrscheinlich dann wieder die Stada. Dann habt ihr hier Rang 7. Ein, 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 ein Lugia. Also den momentanen Fünfer-Raid-Boss. Da sind wir gespannt, wie das aussieht, wenn der reinkommt. Und, äh, ob da jemand einen Shiny bekommt aus der GBL. Wir bewerten das hier noch kurz. Guck's dir mal an, genau. Ist okay, geht natürlich besser. Trotzdem finde ich, Galat Zickzacks ein sehr cooles Pokémon. Gerade auch die roten Augen und das ganze Design. Und, ja, würde ich einfach so unterstreichen. Ihr habt mein Team also gesehen. Schreibt mal rein, was ist euer Team? Mit was kämpft ihr? Ich müsste auch jetzt nochmal den Rang aufsteigen, theoretisch. Wenn ich hier drauf drücke, von Rang 4 auf Rang 5. Wunderbar. Wie gesagt, theoretisch pro Set ein Rang. Jetzt sind wir bei 5. Wenn ich nachher, nach dem Stream noch ein bisschen kämpfe, geht's bestimmt noch weiter. Äh, meine aktuelle, achso, längste Serie 11. 18 von 24. Wie gesagt, am Anfang bin ich immer absichtlich geflohen. Da müsst ihr also noch 4 dazu packen. Dann hättet ihr 18 von 24. 22 von 24. Vielleicht gewonnen. Und das klingt doch eigentlich sehr gut, oder nicht? Jo, das war's aber, wie gesagt, von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut euer Ramses. Bis das Video hier online kommt, seid ihr natürlich schon viel weiter. Ich bin viel weiter, aber ich möchte, wollte das trotzdem mal zeigen. Mal gucken, wann ich das hochlade. Schreibt euer Team, wie gesagt, drunter. Oder gebt doch ein paar Tipps, auf was man achten kann. Oder wie ihr die Season 5 bis jetzt findet. Wie findet ihr den Minicab? Schreibt alles rein. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht lade ich's auch nach der, vielleicht lade ich's auch nach der, nach der Spotlightstunde noch hoch. Ich weiß nicht. Mal gucken. Das war's auf jeden Fall jetzt von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, frohaut euer Ramses.